ja hallo freunde willkommen zu einer neuen folge von kühnes kochkanal aus dem verschneiten gefunden wie im hintergrund sehen könnt ja erst mal noch mal zurück zu nächster woche zu unserem linsentopf wir haben ja so zwei tage davon gegessen und wir haben uns da mal angetraut doch mal essig unter zu rühren und zwar ein esslöffel stinknormaler brandweinessig ich sage euch verfeinert den topf noch mehr probiert einfach aus okay wir kommen zu dieser woche heute gibt es ein schul zu bradwurst schicken viel spaß ja freunde für unser chicken chorizo bratwurst style brauchen wir folgende zutaten natürlich ein küchen fertiges hähnchen frische bratwurst zitronensaft dann brauchen wir schokizo natürlich champignons knoblauchzehen zwiebel tomaten wir haben jetzt normale tomaten ihr könnt gerne auch diese kürz tomaten oder cocktail tomaten nehmen wir schneiden die auseinander ja weiter geht es ein kleines gläschen rotwein ein sehr kleines diesmal sollte aber hinreichen paprikapulver edelsüß bitte und salz und pfeffer ja das waren unsere zutaten doch jetzt geht's los ja freunde die meisten schnippel arbeiten sind jetzt erledigt wir haben den saft einer zitrone ausgedrückt dann haben wir eine zwiebel ich sag mal geförtert nicht ist noch kleiner geworden aber so halt in so wie man sieht dann haben wir knoblauch scheiben dann haben wir die tomaten grob klein gemacht und dann die chorizo so in auch grob klein geschnitten ja sehr grob klein geschnitten und herr kühner hat pilze geputzt ja und die bleiben aber ganz die geben wir somit zu welt ja war nachher sehen ja ich denke wir machen uns jetzt an das brät jetzt drücke ich unsere bratwurst brätmasse aus dem darm schmatterer aber funktioniert gut ich denke in zweifelsfall kann man auch mitnehmen ja nur bratwurst brät ist bisschen feiner und ich glaube die gewürze sind aber gewürze kann man ja auch selber reinhauen also insofern es ist wirklich geschmattert wenn ich das aus dem darm raus hat ich glaube dann sehen wir uns gleich wieder ja bis gleich nun kommt zu unserem bratwurstbrät die schmatterwurst und das ganze wird gematscht ich nehme jetzt die finger dazu vielleicht hätten wir doch eine ganze jucke zu nehmen und in würfel schneiden die war leider nicht zur hand also also gab es die wustscheiben das wird schon hinhauen ich denke und wenn es auch nicht so weiter schlimm so untergemengt so gut wie sieht doch gut aus und damit werden wir gleich unser hähnchen füllen bis gleich nun füllen wir unser hähnchen hier beim braten was braten wasser kommt da rein ich glaube wir haben sogar zu viel ein bisschen spaß ein bisschen passt noch bei dem anderen machen wir nun falls im klopps und legen ihn daneben genau das reicht auch schon und dann würden wir das ganze verschließen mit zahnstochern zu stecken und dann sehen wir uns gleich wieder unser hähnchen haben wir nun gewürzt das heißt zugesteckt habt ihr ja gesehen da gewürzt mit edel im paprika edelsüß pfeffer und salz mein letztes mettkügelchen hier kommt da rein drumherum streue ich die knugloch zählen die zwiebeln folgen dann kommen die tomaten hier ist ganz schön dick hier im pot dabei ist das schon der große top genau ihr nehmt übrigens entweder einen breter mit deckel auf lauform mit deckel oder ebenso was ich gebe jetzt noch die champignons dazu wir haben ganz gelassen und das schön die schrumpel nachher ein und alles ist gut jetzt kommen sie rein jetzt haben wir sie geputzt ich putze nämlich nicht so gerne champignons der zitronensaft nun geht das ganze mit deckel drauf für 60 minuten in den backofen über unterhitze dann wird der deckel abgenommen ich glaube ich noch mal 20 minuten ohne deckel wird dann weiter geschmort damit das hähnchen schön eine schöne kruste dann sehen wir uns aber glaube ich wieder vorher aber zwischendurch gucken wir nochmal rein na aber mit sicherheit ok wir sehen uns so sieht unser hähnchen nach 60 minuten aus jetzt bleibt es ohne deckel ich denke nach 20 bis 30 minuten sehen wir uns wieder und ja mal schauen wie es dann aussieht ja freunde so sieht unser gefülltes hähnchen jetzt aus wir werden es uns schmecken lassen dazu würde glaube ich ein schönes baguette passen und ein frischer salat salat genau ja kurzes fazit es lohnt sich auf jeden fall schon wegen der füllung her allerdings werden wir morgen denke ich mal auch noch dran zu knabbern haben aber egal probiert es einfach aus wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da netten kommentar über ein abo würden wir uns natürlich sehr freuen und wir würden uns noch mehr freuen wenn ihr nächste woche wieder dabei seid bei einer neuen folge von kühnes koch kanal bis dahin schönen sonntag noch bleibt gesund und tschüss bis 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017